32 Journalisten wurde beim G20-Gipfel die Akkreditierung entzogen, also der Zugang zu Medienzentrum und Pressekonferenzen. Begründung, ernsthafte Sicherheitsbedenken der Polizei aufgrund begangener Straftaten. Wie später bekannt wurde, waren diese Vorwürfe zum Teil falsch. Betroffene fordern nun Aufklärung, doch die könnte schwierig werden. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurden einige Datensätze von der Polizei inzwischen komplett gelöscht. Datenschützer sprechen von der Vernichtung von Beweismitteln. Seine Fotos von der Demonstration im Juli 2011 hat Pumeng Choyen schnell gefunden. Denn der Fotograf weiß inzwischen, dass er von der Berliner Polizei seit diesem Abend als Straftäter geführt wird, wegen besonders schwerem Landfriedensbruch. Die Auskunft bekam er nach dem Entzug der Akkreditierung beim G20-Gipfel. Ich hatte bis zu diesem Schreiben, was ich vom LKA erhalten habe, nichts darüber erfahren. Das macht ja auch keinen Sinn, denn ich füge ja nicht eine teure Kamera-Equipment durch die Gegend, um Landfriedensbruch oder Randale zu begehen. Das ist absurd. Wie es zu dem Vorwurf kam, lässt sich wohl kaum noch aufklären. Denn das Landeskriminalamt hat die Daten inzwischen gelöscht. Allerdings erst, nachdem der Fotograf eine Datenschutzbeschwerde gegen den Entzug der Akkreditierung eingereicht hatte. Das ist eindeutig rechtswidrig. Der Staat darf keine Beweise unterdrücken, die der Bürger braucht, um eine rechtswidrige Datenspeicherung etwa bei der Polizei nachzuweisen. Über den Fall der Journalisten hinaus musste die Bundesregierung inzwischen einräumen, dass sie weder weiß, wie viele Personen in den Dateien des BKA gespeichert sind, noch wie viele davon tatsächlich wegen Straftaten verurteilt wurden. Das geht aus der Antwort auf Fragen der Linksfraktion hervor. Wir brauchen endlich Klarheit darüber, was ist eigentlich gespeichert beim BKA und wie viel Rechtswidrigkeit bzw. auch Verfassungswidrigkeit ist dabei. Klarheit will auch Puming Choing. Der Fotograf hat die Bundesregierung wegen des Entzugs der Akkreditierung in Hamburg verklagt.